Es geht wieder los. Die ersten Wärmegewitter gibt es heute Nachmittag im Nordwesten und teilweise auch im Südwesten. Richtung Schwarzwald kann es auch die ersten Gewitter geben. Und auch morgen am Gründonnerstag und am Karfreitag sind dann besonders in der Mitte und im Süden des Landes Gewitter mit Starkregen möglich. Das sind die ersten richtigen Wärmegewitter des Jahres 2022. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Die Gewittersaison wird heute Nachmittag eröffnet. Wir schauen mal, was das bedeutet und wir gucken, was es mit dem Blutregen auf sich hat. Erstmal hier der Blick auf die Wetterkarte von heute Abend. Und da sehen wir hier besonders über dem Nordwesten, aber auch hier über dem Westen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und hier Richtung Schwarzwald einzelne Schauer. Und da sind auch teilweise Blitz und Donner mit dabei. Also einzelne Wärmegewitter mit Starkregen, eng begrenzt 15 bis 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Wo der jetzt genau runterkommt, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Hier mal die Regensummen bis zum Mittwochabend nach dem deutschen Wettermodell. Da sind natürlich keine lokalen Starkregenereignisse erfasst. Aber immerhin hier im Nordwesten, da könnte es nass werden und auch teilweise hier in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und hier im Südschwarzwald. Im Rest des Landes bleibt es noch weitgehend trocken. Und woher kommen diese Gewitter? Nun auf der einen Seite kommen sehr warme Luftmassen hier aus Südwesteuropa, von Spanien über Frankreich bis zu uns nach Deutschland geströmt. Und teilweise ist da eben auch Sahara-Staub mit dabei, hier aus Nordafrika. Und dann haben wir hier das Tiefgweller und auf der anderen Seite das Hochreiner. Das Hochreiner sorgt noch für Sonnenschein, mittendrin eine Kaltfront und dann knallt es eben mal. Und dann gibt es einzelne Gewitter heute im Tagesverlauf. Und bei diesen Gewittern kann eben auch der Sahara-Staub teilweise aus der Atmosphäre ausgewaschen werden. Und dann sprechen wir vom Phänomen des Blutregens, weil sich eben die Regentropfen hier und da so ein bisschen dem Staub verbinden. Bräunlich-rötlich das Ganze aussieht, deswegen der Begriff Blutregen. Wie gesagt, heute am Mittwoch, besonders hier im Nordwesten, aber auch teilweise im Westen und im Südwesten, die Chance auf einzelne Gewitter, teilweise auch Schauer mit lokalem Starkregen um die 15 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter. Teilweise auch kleinkörnige Hagel und ein stark auffrischender Wind. Im Rest des Landes heute ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Die Sonne hat es teilweise schwer. Der Sahara-Staub hat ganz Deutschland erfasst. Und hier und da regt er die Wolkenbildung noch weiter an. Und deswegen hat es die Sonne insgesamt heute schwer. Die Höchsttemperaturen erreichen trotzdem so 17 bis 23 Grad. Vielleicht auch am Oberrhein 24 oder knapp 25 Grad. Bei 25 Grad, da erreichen wir eben das Kriterium für einen Sommertag. Der Blick auf das Wetter in der kommenden Nacht zum grünen Donnerstag. Es gibt noch einzelne Schauer, kaum noch Gewitter, aber mit dabei. Die Temperaturen, die gehen bis morgen früh auf plus 11 bis 8 Grad zurück. Die Nacht zum grünen Donnerstag ist also weitgehend frostfrei. Aber bald bekommen wir wieder Frost in den Nächten. Schauen wir erst mal weiter auf den grünen Donnerstag. Der bringt dann im Tagesverlauf besonders in der Mitte und im Süden des Landes einzelne Schauer und zum Teil wieder kräftige Gewitter mit dem Potenzial für Starkregen. Die Temperaturen erreichen 14 bis 23 Grad. Und auch der Karfreitag ist hier im Osten, teilweise im Südosten immer noch wechselhaft. Letzte Schauer und Gewitter, das Ganze bei 12 bis 21 Grad. Die 12 Grad nach Norden hin, hier lockern die Wolken auch zeitweise mal auf. Und wir schauen auf den Karsamstag. Der bringt dann eine Wetterberuhigung. Hoher Luftdruck kommt zu uns nach Deutschland. Die Temperaturen erreichen aber noch 11 bis 17 Grad. Wir bekommen es mit östlichen Winden zu tun, deswegen nicht mehr ganz so warm. Aber die Sonne, die kann sich am Karfreitag nicht so durchsetzen. Aber dafür wieder am Karsamstag. Und zwar hier teilweise mit 10 bis 13 Sonnenstunden. Wir schauen auf die Osterfeiertage. Was passiert da? Da ist es ja immer noch ein bisschen kritisch gewesen, was den Ostermontag angeht. Bleibt es auch weiterhin, also am Ostersonntag relativ sicher, sehr schön. 10 bis 11, teilweise 12 Sonnenstunden, Temperaturen 11 bis 18 Grad. Aber am frühen Morgen kann es hier verbreitet, besonders in der Mitte, noch mal Luftfrost geben. Aber vor allen Dingen Bodenfrost. Also die Eier nicht zu früh am Morgen verstecken, sonst haben wir ganz schnell gefrorene Eier. Deswegen ein bisschen warten. Im Tagesverlauf, wie gesagt, bis zu 18 Grad und immer wieder scheint die Sonne. Der Ostermontag ist weiter so ein bisschen das Sorgenkind. Dichte Wolkenfelder, vielleicht auch etwas Regen, aber das ist alles noch unsicher. Es könnte relativ warm bleiben bei Temperaturen um die 11 bis 18 Grad, wenn uns eben die Kälte über Osteuropa fern bleibt. Die wird ja immer wieder mal zu uns gerechnet, zum Ostermontag, dann wieder rausgerechnet, hin und her. Momentan ist sie erst mal raus und wir schauen auf den Dienstag nach Ostern. Auch der insgesamt nach Norden recht freundlich. Im Süden mehr Wolken, im Nordosten auch mal ein bisschen was an Regen. Es wird noch ein bisschen kühler mit Temperaturen um die 11 bis 15 Grad. Ja und Sahara-Staub ist eben noch ein Thema heute und vor allen Dingen auch morgen. Aber heute gibt es wie gesagt einzelne Schauer und Gewitter. Da wird der Sahara-Staub ausgewaschen aus der Atmosphäre. Stichwort Blutregen, das heißt wieder schmutzige Autoscheiben, schmutziger Auto lag dort, wo der Regen den Sand runterwächt. Und heute ist der Sand vor allen Dingen fast in ganz Deutschland vertreten. Morgen wird das nicht mehr so der Fall sein. Da sehen wir hier schon so im Norden und Nordwesten, da wird der Sand langsam aus der Atmosphäre rausgetrieben. Teilweise hat es da auch so viele Schauer gegeben, da ist der Sand ausgewaschen worden aus der Atmosphäre. Aber ansonsten am grünen Donnerstag immer noch einzelne Gewitter in der Mitte und im Süden des Landes. Und dann müssen wir da auch nochmal mit Blutregen rechnen. Das heißt der Sand wird da auch teilweise ausgewaschen und fällt runter auf die Erde, auf die Autos, auf den Autolack. Und dann heißt es auch hier Waschtag kurz vor dem Osterfest. Ja, welche Regensummen haben wir zu erwarten bis zum Ostersonntag? Das deutsche Wettermodell berechnen die stärksten Summen hier so im norddeutschen Raum. Teilweise auch im Osten bei kräftigen Schauern und Gewittern auch mal bis zu 30, 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Eng begrenzt, wie gesagt, bei kräftigen Schauern und Gewittern, wenn sie denn so entstehen. Und auch hier im süddeutschen Raum so 5 bis 10, teilweise auch bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die kommen halt runter bei kräftigen Schauern und Gewittern. Auch hier im Nordwesten kommt ab und zu was runter. Sonst im Rest des Landes eher nur ganz geringe Niederschlagssignale. Wenn da mal ein Schauer kommt, dann kann auch mal ein Starkregen mit dabei sein. Aber so wirklich nass wird es da erstmal in der Summe zumindest nicht werden. Und das bestätigt auch nochmal der Blick nach Norddeutschland auf die Ensemble Prognose. Und zwar bis zum 28. April. Die 2 Meter Temperaturen, die bleiben eigentlich zunächst so knapp bei 20 Grad. Dann so um die 12, 13, 14 Grad. Und auf diesem Niveau geht es dann weiter bis zum 28. April. Also da ist im Grunde kein Kaltlufteinbruch mehr in Sicht. Momentan zumindest nicht. Aber auch noch keine erste Hitze irgendwie. Es gab ja schon Aprilmonate. Da gab es zum Monatsende 30 Grad plus X. Also die sind hier nicht zu sehen. Aber auch relativ wenig Regen. Es kommen kaum noch Niederschlagssignale vor. Also so ein besonders nasse April wird das wohl in diesem Jahr nicht werden. Wir schauen nach Westdeutschland auch hier mal auf die Temperaturen. Aber in 1500 Metern Höhe. Und da liegen wir aktuell bei plus 10 Grad. Da geht es aber runter zu den Osterfeiertagen auf das Klimamittel. Das ist die braune Linie. Das Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Es gibt auch ein paar Ausreißer ein bisschen weiter nach unten. Die sehen noch mal kältere Luftmassen bis zu minus 5 Grad. Aber es sind eben nur Ausreißer. Und auf diesem Niveau bleiben wir eigentlich bis zum 28. April. Und auch im Westen des Landes gilt, es sind kaum großartige Niederschläge zu erkennen. Der Blick nach Ostdeutschland auf die 2 Meter Temperatur. Hier in den nächsten Tagen erst mal 20, 21, 22 Grad. Zu Ostern kühler 10 bis 13 Grad bleibt es im Osten. Aber kaum Niederschläge. Es geht trocken über die Osterfeiertage weiter mit viel Sonnenschein im Osten. Und danach eine langsame Erwärmung auf 15, 16 oder 17 Grad. Und wir blicken noch nach Süddeutschland. Hier auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. 11, 12 Grad sind da drin. Damit deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Das hier ist das Klimamittel um die 0 bis plus 2 Grad. Wir liegen bei 10 bis 12 Grad. Danach wird es auch hier wieder etwas kühler zu den Osterfeiertagen. Einzelne Ausreißer bei minus 6, minus 7 Grad. Aber insgesamt eher trocken über die Osterfeiertage. Und auch danach bleibt es so, dass meist die Durchschnittstemperatur beim Klimamittel liegen bleibt. Bei der braunen Linie. Wie gesagt, das ist das Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Und auch im Süden des Landes gibt es nicht wirklich viele Niederschlagssignale. Zum Schluss noch der Blick in die Mitte des Landes. Auch hier bis zum 28. April die 2 Meter Temperaturen bei knapp um die 20, 21 Grad. Zu Ostern wird es auch hier ein bisschen kühler. Und dann bleiben die Werte meist so um die 15, 16, 17 Grad bis zum 28. April. Und auch in der Mitte des Landes gilt erstmal eine längere trockene Phase. Über Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag. Da ist kaum was an nennenswerten Niederschlägen zu erwarten. Auch danach nur ganz geringe Niederschlagssignale bis zum 28. April. Also ein Schneechaos am Ostersonntag müssen wir wohl nicht befürchten. Ganz im Gegenteil. Es scheint viel Sonnenschein zu geben. Aber nach einer klaren Nacht von Karsamstag ist es sehr frisch. Also am frühen Ostersonntagmorgen teilweise Luftfrost möglich. Aber weit verbreitet Bodenfrost. Deswegen die Eiersuche ein bisschen nach hinten oder vorne verschieben. Richtung den Vormittag hinein. Da wird es schon langsam wärmer, wenn die Sonne scheint. Aber ansonsten haben wir eigentlich schönes Wetter bei den Osterfeiertagen. Damit kann man gut leben. Nur am Ostermontag sind vielleicht ein paar dichtere Wolkenfelder unterwegs. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Mittwoch.